Ich freue mich, euch wieder begrüßen zu dürfen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks mit dem Gast Replay vom KV4, gespielt von Dark Supreme, wenn ich das richtig sehe. Ja, Dark Supreme als Top Tier ist natürlich auch wunderschön mit Tier 8 gegen Tier 6 antreten zu dürfen. Der Karte Moor, wie man hier natürlich sieht, wenn man mal auf das Line-Up mal ausgeht, kann man natürlich sagen, dass eigentlich das Ganze ausgeglichen ist. Es gibt natürlich einen überragenden Spieler beim Gegner mit einem zweiten, nee, nicht mal einem zweiten Account, sondern wahrscheinlich mit einem ersten Account oder zumindest mit einem sehr gut erspielten Account, dem Bulldog. Sehr, sehr starker Spieler, aber ansonsten, der Rest ist recht ähnlich, trotzdem leichte Tendenzen zum Gegner-Team, würde ich sagen. Aber mal schauen, was hier Dark Supreme uns so präsentieren kann. Da ist auch schon der Bulldog offen, macht hier seinen Spotting gleich ordentlich, er ist nämlich auch gleich gespottet worden. Jetzt kriegen schon die ersten hier die Hits, scheint AFK zu sein, Komet ist auch nicht weit gekommen, AMX auch nicht, also für eine gewisse Laufzeit der Runde ist hier noch nicht so viel passiert. Auch er selber weiß scheinbar noch nicht so wirklich, was er machen soll. So. Ich habe jetzt nicht so ganz aufgepasst, aber scheinbar hat sich der so ein Snapshot, ja, optimistisch gemeint. Der Dricker Max hat sich scheinbar hier ja irgendwie sehr doof in den Suizid begeben. Ist natürlich schade und unverständlich. Da darf man dann auch gerne mal die Report-Keule auspacken. Sofern es denn ein Suizid war, muss man natürlich auch fairerweise sagen. So. Widmen wir uns aber dem Spiel. Hier ist ein IS aufgeploppt und da konnte er auch gleich sofort dem eine mitgeben. Jetzt wartet er einfach mal eher hinten und schaut, was so im Spiel passiert. Oh, da haut der Dicke Max aber mal eine ordentliche Beleidigung raus. Also von dem her, da ist der Report spätestens angebracht. Ah, die haben es aber auch da mit dem Vokabular, das ist aber auch immer noch Heidi Witzker. Da drüben Jagdpantorfen. Oh, dann M6. Jetzt schaut doch darüber links, kommt noch M6. Ah ja, er schreibt gerade. So, aber jetzt. Zack. Oh, da hat er nur gekettet. Dürfte aber den Nachhit auch noch bekommen. So schnell bekommt er die Kette nicht repariert. So schön in die Seite. Jetzt ist aber die Kette repariert. Das heißt, jetzt wird er wahrscheinlich weiterfahren. Nachdem die Gemüter auch wieder etwas heruntergekommen sind, glaube ich, kann er sich jetzt gut aufs Zocken konzentrieren. Der M6 ist jetzt hier getötet worden. Der war wohl dann nochmal getrackt. IS fährt jetzt hier wiederum weiter. Schöner Hit. Ah, und da hat der Rheinmetall dann zugeschlagen. Was das Schöne ist an KV, und dass man gesehen hat, dass die Fluggeschwindigkeit der Projektile ganz ordentlich ist. Und das ist doch sehr, sehr viel wert. Weil, wie gesagt, mit so Bogenlampen und langsam fliegenden Geschossen, muss man diese nochmal deutlich mehr ins Kalkül ziehen, über weite Distanzen und so. Also, bei schnellfeuernden Waffen ist das dann doch noch ein bisschen was Angenehmeres. So, eine Sue. Oh, jetzt ist er offen. Jagdpanther. Ja. Ach nee, da ist doch ein Stein, Dude. Stehen sie sich hier ein bisschen weg, da kommt ein KV-4. Muss er aufpassen, dass das Heck nicht so dreht. Das sind sogar noch KV-4. Und IS-3. Nein, nicht so. Nicht so. Genau, da ist schon mal sinniger. Perfekt. Und jetzt, linke Maus noch gedrückt halten und BAM! Ja, nice. Und der Jagdpanther hat scheinbar schon, äh, der, der Rheinmetall schon wieder zugeschlagen, weil der Hit war doch sehr, sehr hoch. Genau, obendrauf auch richtig. Sehr schön. Jetzt spielt das gut. Komet ist gerade getötet worden, aber hier, hier hat er den KV-4 sehr gut im Blick. Hit genau richtig. Sollte auch auf den einfach mal, oh, dahinter eben kommt, ist natürlich auch noch was. Ich würde an seiner Stelle erstmal die beiden ignorieren und auf den KV-4 weiter hingehen. Wenn der weg ist, hat er immer noch genug Zeit für die anderen beiden Handeln. Schauen wir mal. Zwei Sekunden bis Reload. Vielleicht kriegt er da den Kill jetzt auch direkt. Ja, nice. Oh, jetzt kommt der Bulldog durch. Da ist der Box-Tank. Ja, schöner Kill. Mal 5 zu 9 für den Gegner. Ist natürlich auch, ja, eine Hausnummer. Da muss er jetzt Unterstützung von seinen TDs bekommen. Netter Schaden samt Ramm-Schaden nochmal an dem AT. Äh, T, äh, ja, T-25-AT, so ist es richtig. Da ist der Kill. Der E-25 ist auch tot. Ne, der, Entschuldigung, E-25 ist noch am Leben. Aber er kriegt hier, er kommt nicht durch der E-25. Und wird final vom gegnerischen, äh, vom eigenen E-25 getötet. Jetzt hat er den KV-5 zerstört. Also hier ist jetzt unglaublich viel gleichzeitig passiert auf ihm. Der Jagdpanzer schießt auch noch hinten drauf. Der Bulldog scheinbar auch, beziehungsweise der Bulldog definitiv. Der Jagdpanzer könnte drauf schießen. Also, da war er jetzt gut im Fokus gestanden. Und auch plötzlich hat er einen Krieger sich geholt. Und es steht nun nur noch 9 zu 10. Also, ich glaube, man darf festhalten, der KV-4 hat definitiv starke Tank-Möglichkeit. Jetzt kommt er nicht durch, das wäre der Kill gewesen. Der T-25-AT schießt auch schon mit Premium, weil er sonst gerade so Probleme hätte. Und schon wieder ein Abraller. Jetzt steht es plötzlich 10 zu 7. 7 Kills, 3.700 Schaden. Also auf einmal ist das Spiel hier wieder gedreht worden. Aus dem Nichts heraus schon fast eher. E-25 geht jetzt scheinbar spotten. Mal gucken. Da müsste er den... Oh, da ist der Bulldog. Nein, viel zu weit vorgehalten. Da hat er fast... Das hat schon fast eher ausgesehen, als ob er die Maus verrissen hätte. Jetzt fahrt er... Oh, prallt ab. Ärgerlich. Der WZ hat gerade den T-29 fertig gemacht. Da ist der Bulldog wieder. Echt eine enge Schose hier. Man kann ihm natürlich angreifen, im Allgemeinen für einen Heavy das Spiel sehr, sehr defensiv gestaltet zu haben. Man sieht es ja, vom Spawnpoint ist er nicht unbedingt Kilometer weit weggefahren. Allerdings, wenn ich aber sehe, im Norden vorher war auch so gut wie kein einziger Maid, den er da irgendwie großartig erstmal unterstützen hätte können. Dementsprechend hätte er in den Süden fahren müssen, da war es schon zu viel. Also Revue passieren, betrachtet gar nicht so doof. Dass er da so auf die Art und Weise helfen konnte. Jetzt ist er offen, ziemlich wahrscheinlich durch den Bulldog. Der 110 von seinem Team ist gerade weggeholt worden, durch den Pershing. AMX ist auch nicht mehr so ganz frisch. Und der Bulldog fährt in Richtung WZ. Also, au, au, au. Das könnte jetzt noch ein Lose werden. Jetzt setzt er sich auch dementsprechend mal langsam in Wallung und das ist auch notwendig, weil wenn er jetzt nicht mal Gas gibt und das Team da dementsprechend unterstützt, wird das auch ein Lose. WZ halt voll, AMX noch voll, der Bulldog auch noch voll. Eher wohl durch den Jagdpanther gespottet, würde ich jetzt mal vermuten. Pershing müsste zu weit hinten sein. Der Bulldog macht gerade den WZ weg. Oh, da ist der Pershing. Schöner Hit. Tatsächlich Bulldog hat den WZ rausgenommen. Auch der WZ hat es nicht so mit dem netten Gespräch. Er hat das Fäkalhumor, äh, Fäkalhumor. Fäkal-Vokabular aus, wollte ich natürlich sagen. Der AMX hat den Bulldog scheinbar noch ganz gut im Griff, weil der ist ein One-Shot, der wird jetzt nicht mehr so viel pushen. Aber ganz spannend, es steht 11-13, wobei aber die Chancen hier für einen Sieg noch durchaus gegeben sind. Weil der Jagdpanther haben wir gesehen, der ist wirklich, wirklich wenig HP. Ploppt hinten jetzt auch auf. Bleiben wir auf, auf unserem Might hier drauf, aber Der AMX, ah, Heidewitzger hat echt, Nimmt, jetzt nimmt ihn der Pershing, den Kommandanten raus, hat noch ein Repair-Kit. Schießt ihm schön durch. Der AMX macht den Jagdpanther weg. Pershing schießt weiter mit Gold. Der Bulldog ist auf dem AMX drauf, also es ist... Pershing hat immerhin alles mit Gold geschossen, dass er da ihn hier durchschlägt. Der AMX muss den Bulldog wegmachen, dass das hier dementsprechend aufgeht. Aber 5200 Schaden angezeigt, wirklich nice, 8 Kills. Da kann man sagen, hat er vieles gut gemacht. Für mich steht und fällt das Match hier mit dem, was der Bulldog noch reißen wird. Den Jagdpanzer sehe ich jetzt nicht so als die Riesenbedrohung. Natürlich kann der auch durchkommen und ihn da hitten, aber muss nicht unbedingt. Oh, jetzt hat er noch... Ja, sehr gut, AMX nimmt ihn raus, ganz wichtiger, ganz wichtiger Kill. Und damit ist auf einmal das Spiel ausge... Oh, jetzt ist da drüben, da ist er offen. Ah, er kommt gerade noch so ums Haus rum. AMX macht hier den ersten Hit. 302 HP hat er noch, der Jagdpanzer. Macht noch einen. Das dürfte eigentlich... Ja. Oh, schade. Hätte wäre sein Kill auch noch gewesen, der neunte, aber trotzdem. Scheiß drauf, es war ein sehr schönes Match. Unglaublich viel getankt, unglaublich viel Schaden ausgeteilt. Die Auswertung seht ihr natürlich am Ende des Ganzen. Lasst mir doch einen Daumen da, ihr macht es mir damit einen Gefallen. Und über Kommentare, auf die ich selber auch antworten darf, freue ich mich auch immer wieder. Super, vielen lieben Dank, bis bald. Ich wünsche euch alles Gute. Bussi aufs Bauchi, euer Alcaramba. Ich wünsche euch alles Gute. Ich wünsche euch alles Gute.